Hallo! Hi zusammen! Ha! So, packen wir das noch hier hin, dann sehe ich euch alle. Hallo, Mr. Z und Vampire Girl und Angel und Mr. Sir von Horn. Dankeschön, vielen Dank fürs Jünger der Tentakel werden. Danke für deine Kanalmitgliedschaft auf YouTube. Super cool. Hi, Gromdorn und Gigabyte und Dämonenrusher und Dreadlax und Lutzi und Carlos Resident Evil 3 Nemesis. Achso, Carlos Resident Evil 3 Nemesis. Ich verstehe. Milti, hi. Willkommen zusammen. Wie geht's euch? Mir wird da gerade was Neues angezeigt. Auf Twitch, das habe ich noch nie gesehen, Zuschauer-Serie. Ist mir noch nie aufgefallen. Das zeigt an, wie lange ihr hintereinander Streams gesehen habt, ohne Ausfall, glaube ich, oder? Kann das sein? Ha! Resident Evil 3 steht wieder auf dem Programm. Ganz recht. Ich wollte eigentlich noch ein Let's Play zwischendrin aufnehmen, aber ich habe nur eins geschafft. Deswegen sind wir jetzt auch nicht sehr viel weiter wie beim letzten Stream. Aber wir sind, glaube ich, im Polizeirevier fertig. Ich glaube, wir sind im Polizeirevier fertig. Wir können das jetzt wieder verlassen. Da ist man sehr kurz irgendwie, ne? Ach, das ist aber, Mr. Z, ganz normal. Also gerade wenn es um Live-Zuschauen geht, ne? Dann wäre das irgendwie voll crazy. Stell dir vor, man hätte irgendwie jetzt auf Twitch zum Beispiel 2000 Abos und dann würden immer 2000 Leute da sein. So, ich würde sagen, so ein paar hundert Leute gleichzeitig ist auf Twitch eigentlich schon relativ, relativ cool. Und wenn die Zuschauerzahl über 100 geht, freue ich mich immer. Das ist schon sehr cool. Also, ich freue mich. Schön, dass ihr da seid. Gut. Nee, 10 Prozent, das ist voll utopisch. 10 Prozent ist voll utopisch. Das wäre voll viel. Ich habe gerade so überlegt, ne? Ich habe das gerade so mit anderen Kanälen verglichen. Auch größere Leute auf Twitch. Das ist krass, 10 Prozent. Hi, Frankie Tanky. Siehst fresh aus, Lansquid. Wie dir? Wie geht's dir wahrscheinlich? Gut, gut. Dankeschön. Und euch? Wie geht's euch so? Resident Evil 3 war mein erster Teil. Ja, ja. Dann glaube ich, dass da sehr viel Nostalgie dranhängt, wie bei mir der zweite Teil halt. So, ne? Hi, Marco. War gerade mal 10 Jahre und habe es meinem Vater, habe es meinem Vater durchgespielt. Und das Einzige, was ich danach hatte, waren Albträume. Okay, Leute, dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Ich habe heute sonst nichts zu erzählen. Let's go. Verschwinden wir keine Zeit ab in Nemesis. Ich habe Bock drauf. Ich habe jetzt sogar privat, ich spiele jetzt gerade so ein bisschen andere Resident Evil-Spiele auch privat nebenher, die wir im Stream dann auch nochmal spielen müssen. Ich will mir den Spaß nicht dran verderben, aber ich habe gerade echt einfach Bock auf Resident Evil. Jetzt lass mich mal schnell gucken. Ja, das müsste gehen, oder? Das seht ihr jetzt so. Sehr gut. Und wenn ich jetzt F5 drücke, glaube ich, bei dem hier. Ja, dann sind wir mittendrin. Yes. Nice. So muss das sein. Sehr schön. Hast du das Foto in Cosplay gesehen auf Discord? Ich glaube tatsächlich nicht. Nee, das sagt mir jetzt gerade nichts. Klasse Video von Lisa Trevor. Ich hoffe, dass wir sie in irgendeinem Teil wiedersehen werden. In, ähm, wo war denn das? Ich glaube, das ist im, wenn mich nicht alles täuscht, im Add-on von Resident Evil 5 gewesen. Ich glaube schon. Da gibt es einen Gegnertyp, der zumindest optisch sehr stark an Lisa Trevor angelehnt ist. Aber die ist tatsächlich, also die haben nichts mit ihr tatsächlich zu tun. Aber man kann davon ausgehen, dass vielleicht ähnlich mit denen rum experimentiert wurde. Aber die Lisa Trevor, ob wir die nochmal sehen? Naja, vielleicht in einem Re-Remake vom ersten Teil. Da auf jeden Fall. Da kann ich es mir sehr gut vorstellen. Hey Crazy und Löffelkreis. Hallo. Cool wär's schon. Ich find's auch gut. Ich find's so cool, wenn die einfach mal ein bisschen mehr mit der Resident Evil Lizenz machen würden. Wenn die einfach mal auch so kleinere Geschichten als Add-ons für manche Spiele oder vielleicht auch mal so Standalone-Sachen machen würden. Zum Beispiel die Lisa Trevor Story, oder? Und wir spielen das Spiel aus ihrer Sicht. Am Anfang muss man vielleicht irgendwie versuchen zu fliehen und so kleine Rätsel als Mädchen lösen. Und dann wird man immer mehr zum Monster. Und am Schluss bringt man alle um. Wäre ein cooles kleines Spiel auf jeden Fall. Bio-Rand läuft endlich. Was ist denn Bio-Rand? Das sagt mir nix. So. Let's go. Jetzt muss ich mich erst wieder kurz... Wartet mal. Kurz. Okay. Jetzt muss ich mich erst mal kurz wieder an die Steuerung gewöhnen. Ähm. Weil hier alles wieder ein bisschen anders ist wie in anderen Resident Evils. Wo sprinte ich denn? Ach ja. Sind irgendwie... Die Schuhe sind weird, oder? Irgendwie sind die Füße von Chill zu kurz. Kann das sein? Der Rist ist sehr hoch und die Füße sind sehr kurz. Das ist ungefähr Schuhgröße 10 oder so, glaube ich. Naja, okay. Ist mir noch nie aufgefallen. Sieht irgendwie voll weird aus von der Seite. Oder steht hier das Modell zu tief im Boden? Ich weiß es nicht. Aber das sieht einfach seltsam aus. Na, kann man nix machen. Sieht aus wie Schuhgröße 39. Ja? Ich weiß nicht. Sieht komisch aus. Mein Freund hat sich jetzt übrigens tatsächlich den Adventskalender von Holy geholt. Ah. Dann viel Spaß damit. Ich hoffe, er gefällt euch. Oder der Inhalt gefällt euch. Ich habe den tatsächlich wieder zugemacht. Wir haben ja so eine... Ich habe den ja vorgeführt und wir haben ja ein paar Türchen geöffnet. Aber ich habe den tatsächlich wieder zugemacht. Ich werde wirklich nur an den einzelnen Tagen im Dezember die Türchen öffnen und so. Ich benutze den wirklich. So. Lass mich mal kurz gucken. Wir können nämlich... Ich glaube, ich, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Yo. Erste-Hilfe-Sprays quasi. In unserem Erste-Hilfe-Spray-Sammelbecken zusammenbasteln. Das ist ja ziemlich cool, finde ich. Die Stars-Card haben wir hier. Die haben wir auch noch nicht benutzt, ne? Warte mal. Dann sind wir doch noch nicht fertig im Polizeirevier. Da müssen wir nochmal zurück. Ich muss echt die alten Resident-Evil-Spiele spielen. War leider beim Release noch flüssig. Ja, wenn man reinkommt in die Steuerung und wenn man mit so klassischem Survival-Horror was anfangen kann, dann würde ich sagen, ist das definitiv empfehlenswert. Definitiv. Ja. Solltest du machen. Also, da kann man wirklich nichts falsch machen. Ich bin jetzt gespannt, wenn wir Zero nochmal spielen. Bei Zero habe ich auch tatsächlich nur in so mittelmäßig guter Erinnerung. Also, ich meine jetzt von der Qualität her. Falscher Gang. Aber ansonsten sind, glaube ich, alle Resident-Evil-Teile wirklich sehr, sehr gut. Und ja. Doch. Hey! Kuschelpsiana196 ist jetzt ein Bird Rider. Holocop! Dankeschön fürs Abo-Verschenken an Kuschelpsiana. Super nett von dir. Zero war mies wegen dem Item-System. Ich bin jetzt echt gespannt, wenn wir zu Zero kommen und ich spiele es nochmal. Das ist noch relativ aktuell, meine Erinnerung an Zero. Das ist noch nicht so lange her, dass ich das zum letzten Mal gespielt habe, aber auch schon wieder ein paar Jahre bestimmt. Und das, ja, ist nicht der beste Teil. Aber ich finde es trotzdem gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein schlechtes Spiel ist oder so. Es ist nur gemessen an den anderen Klassischen vielleicht nicht das Beste. Aber, ja. Ich freue mich schon sehr auf Veronica. Ich glaube, Veronica werde ich immer noch lieben. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen reingespielt, weil ich mal sehen wollte, ob das meinen Erinnerungen standhalten kann. Und ich glaube, das ist schon einfach wirklich gut. So. Dann nutzen wir die Stars-Card. Was die für Icons auf ihrem Rechner haben, oder? Was ist denn da eigentlich los? Warum haben die da unten so den komischen Zombie-Kopf als Test-Desktop-Icon? Es ist doch total seltsam. So, das Passwort für den Save ist 0131. Verdammt, Leute. Ich habe es vergessen beim nächsten Mal. Ich versuche daran zu denken. Michael hat mir nämlich mal von, von, ich... Ja, genau, aus Tokio hat mir der nämlich was mitgenommen. Mein Co-Podcaster von Coffee, Cake & Games. Der war im Tokio-Urlaub und hat mir ein kleines Umbrella-Notizbuch und einen Umbrella-Kugelschreiber aus dem Capcom-Fanshop quasi mir mitgebracht. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch super perfekt, um da eben genau solche Sachen zu notieren und so. Aber ich habe es vergessen. Liegt noch im Auto. Aber beim nächsten Mal hole ich das raus und dann... Jetzt haben wir schon wieder so kurze Lacks. Ich dachte, ich habe das beseitigt. Aber schlimm ist es nicht. Deswegen ist es egal. Ja, es ist der Snake. Willkommen. Ich bin in 10 Minuten ziemlich sicher noch online. Wenn mein Internetanbieter mitspielt, ne? Da muss man immer gucken. Aber ich denke schon. Ah, okay. Ja, gucken wir, ob es hier besser geht. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal was gucken. Ah, okay. Betratentechnisch sieht es bei mir bis jetzt ganz stabil aus. Wir hatten ja jetzt beim letzten Mal leider schon wieder ein paar technische Probleme, ne? Ja, Internet ist halt leider immer noch problematisch in Deutschland. Aber vielleicht wird es ja noch... Achso. Hier wieder reinklicken. Oh. Ich sehe einen Hypetrain einfahren auf Twitch. Und ich weiß nicht warum. Ah, da kommt's. Ragekit, danke schön für dein Abo. Freut mich sehr. Super cool von dir. Wir haben seit dem letzten Stream leider wieder ein bisschen Subs verloren. Wir sind wieder ein bisschen zurückgefallen. Jetzt fehlen 28. 28 Subs aktuell für das nächste Bonus-Ziel, das dann Silent Hill ist. Das erste Silent Hill, denn das ist im gleichen Jahr erschienen wie Resident Evil 3. Da habe ich mir gedacht, das passt doch gut als Bonusspiel. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das noch zusammenkriegen. Aber wenn nicht, dann nicht. Hey, habe ich das zufällig im Let's Play schon gemacht, dass wir hier den Save plündern? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. There is nothing. Okay, anscheinend haben wir das gemacht. Na gut. Wir haben jetzt die Büroklammer. Wir können jetzt Schloss knacken. Also, let's go. Nichts wie raus hier. Ich habe vergessen, dass wir das schon gemacht haben. Mir geht es gut. Bei mir ist alles wunderbar. Welches Specs hat mein PC? Oh, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht auswendig sagen. Ich bin nicht so der PC-Bastler. Ich weiß es nicht. Aber der ist sehr neu und übertrieben gut. Lächerlich. Lächerlich übertrieben. Ich habe da ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Aber ich habe mir so gedacht, nein, ich mache jetzt keine Kompromisse. Ich kaufe jetzt nur die teuerste Hardware und nur das Beste. Und ich mache jetzt nicht mehr so Kompromisse wie früher immer. Jetzt muss mal wirklich ein ordentlicher Rechner her, mit dem ich ordentlich arbeiten kann. Und das ist auch ein ordentlicher Rechner, mit dem ich ordentlich arbeiten kann. Aber wahrscheinlich hätte ich auch ein Tausender sparen können. Und der wäre genauso gut, wenn wir ehrlich sind. Aber da ist ein bisschen die, weiß ich nicht, High-End-Sucht mit mir durchgegangen. Aber gut. Muss manchmal vielleicht auch sein. Ja, das war mal wieder lang überfällig, dass ich alle Resident Evil-Teile mal wieder durchspiele. Finde ich. Habt ihr das gesehen? Das ist ja nice und subtil. Es geht so schnell, man merkt es gar nicht. Aber ich glaube, das war ein Draindymos, der da gerade aus dem Fenster im Hintergrund geklettert ist. Finde ich ja sehr schön gemacht, wie der da durchklettert. Sagt mir übrigens wegen Sound und so Bescheid. Das ist ja immer ein bisschen Bastelei. Ein Brainsucker. Die Draindymos sind dann die Kinder von denen. Oder so. Eins von beiden. Ich bring die immer durcheinander. Die sehen auch sehr ähnlich aus und verhalten sich auch sehr ähnlich. Ich habe mich gerade gewundert, warum der Hund so passiv ist. Und plötzlich kommt die Stealth-Attacke. Ah, ich muss mal echt... Claire, lass uns mal den Inventarknopf gemeinsam finden. Das ist er auch nicht. Da ist er. Nehmen wir doch mal die Pistole für die Hunde, oder? Meine Güte, Hunde. Meine Güte, wie ich Hunde einfach hasse. Ich muss mal gucken, hat Resident Evil 3 irgendwie eine Auto-Aim-Funktion oder so? Weil so sehr mich die im ersten Teil bei dem Spinnenboss zum Beispiel genervt hat, hätte ich die jetzt hier ehrlich gesagt gerne. Aber ich sehe sie nicht. Naja, kann man nichts machen. Hallo, Matthias. Das sind XXL-Flöhe. Drain-Dymos, ne? Genau. Aber es gibt ja auch die Kinder von den Drain-Dymos. Und das sind die... Ähm... Ich muss mal echt was machen. Der Mod hier, der Auto-Mod filtert dauernd das Wort Hund. Und das sind die Brainsucker. Das sind verschiedene Gegnertypen, aber ich glaube, man kann Resident Evil 3 gut durchspielen, ohne dass einem das eigentlich auffällt. Tja, ich dachte, wir haben keine Hänger mehr. Ich dachte, ich habe es gefixt. Aber so ist das immer, ne? Man testet, man testet und testet vorm Stream ewig lang und alles passt. Und dann ist es soweit. Der Ernstfall tritt ein und dann funktioniert einfach gar nichts mehr. Oh mein Gott, was soll man machen? Hallo, haben sie zufällig geheime Munition? Mehr oder weniger. Okay. Hermit. Ich mag es, dass mein Resident Evil 3 so viel auf der Straße ist. Das ist einfach schon im zweiten Teil meine Lieblingspassage. Die kurze Passage, wenn man durch die Straßen von Raccoon City läuft. Und ich hätte am liebsten ein ganzes Spiel auf den Straßen von Raccoon City. Ich mag die Atmosphäre da so gerne. Na komm, Hundi. Oh oh. Puh. So. Ineinander fusioniert fast die beiden. Ich habe die ineinander geschossen. Nice. Nicht schlecht. Durch die Arkley Mountains zu streifen, fände ich auch cool. Ja, ich muss immer wieder mit meinem Open World Resident Evil anfangen. Es ist einfach so. Okay. Eine geladene Batterie, die kann ich jetzt gerade leider nicht mitnehmen, weil wir zu viel im Inventar haben. Das ist schade. Ich hoffe, dass wir bald wieder zu einer Kiste kommen. Wahrscheinlich ist hier eine. Nein, leider nicht. Aber vermutlich hier. Oh, da ist noch mehr Kraut. Ne, warte mal. Das ist eine Topfpflanze. Aber da ist blaues Kraut. Warum packen denn die hier so viel blaues Kraut hin? Bis jetzt haben wir noch keinen giftigen Gegnertyp gefunden. Bis jetzt. Das ist wahrscheinlich das Stichwort. Bis 21 Uhr normalerweise immer. Manchmal wird es ein bisschen länger. Selten wird es ein bisschen kürzer. Schauen wir mal. Aber ja, so 21 ist immer so der Richtwert. Eine alte Schreibmaschine. Wenn wir doch nur ein Ink Ribbon hätten. Wir sollten echt mal Munition herstellen. Hatte ich nicht ein System? Ich glaube, ich hatte ein System. Ich muss mal gucken, wo... Ah ja, Heilpflanzen kommen hier oben hin. Okay. Räume ich mal ein bisschen auf. Moment. So viel Zeit muss sein. Ein bisschen Ordnung muss sein. Und die Magnum hier dürfen wir schon benutzen. Die haben wir wirklich legal gefunden. Ich habe ja die Waffen, die ich eigentlich nicht benutzen will, hier oben hin geräumt. Die gecheateten Waffen. Aber die Magnum ist legit. Die behalten wir. Das ist ein Schlüssel-Item. Das kommt hier hin. Speichern wir ruhig mal. Dann kommt die ganze Munition. Dann kommen Waffen. Sehr gut. Eine alte Schreibmaschine. Hier kannst du speichern. Let's go. Ich glaube Resident Evil 3 hat Automatik-Zielen. Zumindest denke ich. Habe es so gespielt. Ich kann es dir leider auch nicht sagen. Ich wüsste halt nicht wo leider. Ich hätte es ganz gerne. Aber ich könnte jetzt gerade auch nicht auswendig sagen, ob der zweite Teil Auto-Aim hat oder nicht, ehrlich gesagt. Die Karte kannst du ablegen. Die Karte kannst du ablegen. Da hast du recht. Das auf jeden Fall. Das ist richtig. Denke ich auch. Die brauchen wir vermutlich erstmal nicht mehr oder nie wieder. Ich nehme mal das Schlossknack-Dingi mit. Das kann man gefühlt immer brauchen, oder? Und ansonsten haben wir gerade eh keine Schloss. Oh, Feuerzeug. Na, lass ich mal hier. Man muss sich ja nicht so... Gecheatete Waffen. Wie kannst du nur? Im Singleplayer ist eh alles egal. Ja, gecheatet insofern... Hi, übrigens, saftiges Obst. Gecheatet insofern, weil ich den Easy-Modus aktiviert habe. Weil ich nicht so recht wusste, was jetzt hier schwer und was easy ist. Und, ne? Deswegen. Meine Güte. Es sind hier viele Hunde. Nein, die haben mich getötet. Die Schweine. Wir müssen jetzt kurz warten, bis wir wieder ins Hauptmenü kommen, weil ich habe zwar mit der Schreibmaschine gespeichert, aber nicht mit meinen F-Tasten hier. Deswegen dauert es jetzt gerade ein bisschen länger. Oh, Hunde. Gehen mir auf die Nerven. Auto-Aim wäre schon echt gut. Ist bei Rezi eben nicht typisch gewesen. Ist hier kein Tomb Raider. Also, meinst du jetzt Auto-Aim? Naja, dieser erste Teil... Äh, insofern hat Auto-Aim. Du musst die Wurst aus der Hosentasche tun. Ja, das wäre praktisch. Wahrscheinlich wäre das das Geheimmittel, ne? Die Geheimwaffe gegen... Gegen, äh, die Hunde. Wenn man nur irgendwas zum Essen dabei hätte. Die Hunde sind übler. Ja, definitiv. Definitiv sind die schlimmer als Nemesis. Ich glaube, so ein Rudel Hunde würde wahrscheinlich jeden anderen... Jetzt mal ernsthaft. Ich meine, es gibt ein paar so Gegner, wie eben zum Beispiel auch Nemesis. Die sind so gut wie unverwundbar. Und da könnten die halt einfach keinen Schaden anrichten. Aber basically ist so ein Rudel Hunde wahrscheinlich schon wirklich auch eine sehr mächtige Biowaffe. Wenn man, wenn man, wenn sich, wenn Zombies sich ähnlich zombifizieren wie Menschen. Und davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Oh nein! Oh, ich bin so blöd. Oh Leute, ich bin so dumm. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ist aber nicht schlimm. Ich weiß ja. Wir haben, ich hab, ich hab Fortschritt gelöscht quasi gerade. Naja. Ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Wenn Hunde genauso zombifizieren wie Menschen. Und davon geh ich jetzt mal aus. Dann dürfte es tatsächlich so sein, dass die noch muskulöser werden. Dass die Muskeldichte zunimmt und dass die stärker werden. Und dann dürfte sich auch die Bisskraft von dem Hund nochmal erhöhen. Die ja eh schon, wie wir wissen, ne krasse Beißkraft haben, ne? Und das dürfte wahrscheinlich bei zombifizierten Hunden sogar nochmal stärker werden. Insofern sind die wahrscheinlich noch sehr viel gefährlicher als normale Hundis. Insofern darf man die wirklich nicht unterschätzen, die Cerberus. Also jetzt so aus einer Lore-Perspektive. Und sie behalten halt im Gegensatz zu Menschen ihre Geschwindigkeit. Ich glaub, das Hauptproblem an Cerberus aus Sicht von Umbrella ist wahrscheinlich, dass die halt einfach so wie die meisten versehentlich oder zumindest mehr oder weniger versehentlich entstandenen Biowaffen oder einfach nur T-Virus-Mutationen nicht kontrollierbar sind. Zum Glück ist das jetzt passiert mit dem F5-F1-Speicher-Laden-Problem, ey. Wenn das mal irgendwie an der Stelle passiert, ist zum Glück bis jetzt nie passiert. In all den Spielen, die wir jetzt gespielt haben, noch nicht. Aber wenn ich irgendwann mal meinen halben Spielfortschritt lösche oder mehr, nur deswegen, dann flippe ich aus. Stell dir mal vor, die machen so kleine Hunde, sowas wie Zwergpudel oder irgendwas, was eigentlich lächerlich aussieht. Und die fressen dann das... Ja, wie Land... Das sind dann wie kleine Piranhas. Wie kleine Landpiranha. Ich glaub, das sollte man echt nicht unterschätzen. Ich glaub, die sind schlimm. Ich glaub, so kleine Kläffer, kleine Zombie-Kläffer. Und stell dir vor so einen riesen Rudel davon, ne? So 30, 40. Auf einmal. Reichen schon 10 oder so. Die nagen dich innerhalb von Sekunden bis auf die Knochen ab. Wäre auf jeden Fall ein lustiger Gegner im Spiel. Gibt's auch Zombie-Katzen? Ne, es gibt nicht wirklich Zombie-Katzen in Resident Evil. Es gibt ganz viele Entwürfe für die verschiedensten Zombie-Katzen. Einmal so Katzen-Mensch-Hybriden. Einmal einfach wirklich nur Zombies. Gibt's ganz viel davon. Aber, äh... Richtig Zombie-Katzen gibt's tatsächlich nicht. Hunde, ey. Ah, ich hab vergessen. Das müssen wir nachher noch machen. Äh, ich hab vergessen, meine Heil-Items aufzufrischen. Die ich übrigens auch ruhig mal hätte benutzen können, ne? Hm, naja. Kann man nix machen. Kommt irgendwann mal wieder ein Fallout-Video. Ich hab mehrere in Arbeit aktuell. Also ja, definitiv. Ja, ich muss auch sagen, ne? Ich hab's ja schon gesagt beim letzten Mal. Und ich glaub grundsätzlich schon sehr oft. Ich hab tatsächlich Resident Evil 3 nur ein einziges Mal durchgespielt. Und das ist ewig her. Und das hab ich irgendwie zusammen mit einem Freund durchgespielt. Und das war irgendwie so nebenbei so ein bisschen, ne? Und, ähm... Ich hab deswegen an das Spiel nicht sehr viele Erinnerungen. Und das ist in meinem Kopf auch eher so gespeichert als so, ja, ist schon ganz cool. Aber keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ne? Und jetzt, wo ich's tatsächlich nochmal selber hier spiele, muss ich sagen, bis jetzt, auch wenn wir noch nicht so weit sind, aber bis jetzt gefällt's mir sehr, sehr gut. Es ist schon einfach ein guter Hauptteil. Also da kann man ja wirklich überhaupt nix sagen. Das steht jetzt dem zweiten Teil bis jetzt, würde ich sagen, in nix nach. Bisher läuft der Stream auf YouTube tatsächlich flüssig. Hatte noch keine Hänger. Und auf Twitch schon? Hm. Dann ist es ja gut. Laut Google hat Resident Evil 3 Nemesis Auto-Aim. Na, es wär schon irgendwie schön, wenn man das irgendwie... Wenn ich das irgendwie hinkriegen würde. Muss ich mal gucken. Vielleicht bis zum nächsten Stream. Heute kommen wir schon ohne, klar. Aber gerade der Kampf gegen die Hunde ist schon ganz schön gemein ohne Auto-Aim. Weil Chill dreht sich auch so langsam und so zäh irgendwie. Das kommt mir auch noch langsamer vor, als jetzt im zweiten Teil, so im direkten Vergleich. Äh, deswegen ist das gerade alles sehr schwerfällig, fühlt sich's an für mich. Hilfe, Menü, ich komm nicht mehr klar mit dir. So. Ah. So, das hier rein. Blinte laden wir nach. Pistole laden wir nach. Und jetzt speicher ich mit F1. Nicht F5. So. Oh Gott, oh Gott. Puh. Geschafft. Sollte ein Resident Evil 3 hier tatsächlich Wildcats als Gegner... Gegner... Pfff, 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 genau. Es sollte so Mensch-Katzen-Hybriden als Resident Evil 3 Gegner zum Beispiel geben. Im Park. Die wurden leider gestrichen. Sahen eigentlich ganz cool aus. Ich weiß schon, eigentlich ist Weglaufen bei Hunden der bessere Weg. Gerade hier jetzt in der Passage. Aber ich kämpfe so gern gegen die. Yes. Ah, ich hab... Ich hab... Ich dachte, wir haben keine Munition mehr. Ah, das macht mich so fertig. Ich hab so... Ne? Hatte ich beim letzten Mal auch schon das Problem, dass die Check und Combine zwischen Teil 2 und Teil 3 aus irgendeinem Grund durchgetauscht haben. Das ist so bescheuert. So, Platz für immer. Gut. Weißt du, das ist jetzt eigentlich das Schöne. Ich glaub, das, was ich an den klassischen Resident Evil Survival Horror Spielen tatsächlich am wenigsten mag, ist, dass man nicht alle Gegner töten sollte. Und vermutlich auch nicht kann. Es ist nicht so vorgesehen. Man sollte viele einfach stehen lassen, am vielen vorbeilaufen. Ähm, und das war halt damals so das Design. Und das ist... Das kritisiere ich jetzt nicht grundsätzlich. Das ist ja voll cool. Aber ich persönlich mag's lieber, wenn ich alle töten kann. Deswegen bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass uns der Easy-Modus so viel Munition am Anfang gibt. Weil jetzt kann ich ordentlich aufräumen. Und irgendwie mag ich das eben auch total gerne. Deswegen stört's mich jetzt auch gar nicht, dass wir vielleicht spielen. Äh, hat alles seine Vor-Nachteile. Oh-oh. Drain-Dymos ist am Start. Ich glaub schon, dass das die Drain-Dymos sind, ne? Die Brainsucker gibt's auch, aber das sind, glaub ich, andere. Aber wie gesagt. Die verwechsel ich immer. Die sehen eigentlich in dem Teil auch nur aus wie leicht modifizierte Chimera. So, wo gehen wir denn hin? Ne, hier gehen wir nicht hin. Das macht gar keinen Sinn. Gibt's Zombie-Ratten? Ähm. Lass mich mal überlegen. Es gibt tatsächlich irgendwo... Ne, warte, hab ich grad verwechselt. Es gibt ein Artwork von Zombie-Kakerlaken, die eine Ratte fressen. Aber Zombie-Ratten weiß ich jetzt tatsächlich grad nicht. Müsste es eigentlich schon geben, ne? Sollte man zumindest meinen. Würde Sinn machen. Aber mir würde jetzt grade keine Zombie-Ratte einfallen in Resident Evil. Mr. Z sagt, ja, gibt es? Oder bezieht sich das auf was anderes? Die Ratten haben doch den T-Virus in Raccoon City verbreitet. Genau, das wird zumindest stark angedeutet in der Cutscene. Aber so richtig ne Zombie-Ratte treffen wir eigentlich nie. Als Gegnertypen oder so. Kann ja sein, dass Ratten einfach anders reagieren auf den T-Virus. Kann ja sein, dass die den verbreiten, aber selber gar nicht so zombie-mäßig mutieren. Zum Beispiel. So könnte man das zum Beispiel erklären. Oder sie bleiben menschenscheu oder was weiß ich was. Die Ratten haben rote Augen und sind wie die Krähen kaum mutiert. Naja, aber in der Cutscene infizieren sie sich ja gerade erst. Da sind sie ja noch nicht mutiert. Rein logisch gesehen, da die Säugetiere sind, müssten die ähnlich wie zum Beispiel auch Menschen oder Hunde mutieren. Das heißt, ein bisschen größer, ein bisschen stärker, ein bisschen aggressiver. Und während die obersten Hautschichten verfaulen, nimmt die Muskulatur zu und so weiter. Das wäre so die typische Verwandlung. Und die müssten eigentlich auch Ratten durchlaufen. Also wenn man es jetzt mal lore-technisch streng nimmt, da weicht ja selbst, die Resident Evil-Teile selbst weichen ja da teilweise ab. Man, warte mal, Auto-Aim soll man in den Optionen ein- und ausstellen können. Danach auf dem Gamepad die L- und R-Taste benutzen. Die L- und R-Taste, das sind bei mir Menü-Tasten. Ja, ganz komisch. Naja, wir überleben. Wir schaffen es auch ohne Auto-Aim. Ich bin fest davon überzeugt. Ich glaube an uns. Und wie gesagt, bis zum nächsten Stream schaue ich mal, dass ich das mal in Ruhe umstellen kann vielleicht. Mal gucken. Hä? Warte mal kurz. Ich bin gerade verwirrt. Achso, ich habe eine Heilung benutzt. Stimmt. Eine Kurbel. Haben wir schon irgendwo ein Kurbelloch gefunden? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Ist zu lange her. Könnte schon sein, ne? Kommt mir bekannt vor, aber ich weiß es nicht mehr. Mir war so im Trailer-Outback eines Virusratten. Hä? Was? Hallo, Dezimbo. In der Gamecube-Version geht das, glaube ich, nicht. Aha. Das kann sein, dass es daran liegt. Und du kannst dich ja so richtig gut aus in Resident Evil mit deinen ganzen Lore. Schick doch einfach mal Spaß und selber Capcom ein paar Ideen von dir. Dadurch, dass du gut mit der Materie drin bist, wird vielleicht die ein oder andere Sache angenommen. Ich glaube, wenn ich jetzt ankomme und Capcom irgendwelche Vorschläge für die Resident Evil Lore oder so schicke, werden die da herzlich drüber schmunzeln. Und das ist auch vollkommen okay. Aber ich würde sofort machen. Ich würde sofort... Ich würde sofort zum Lore-Beauftragten bei Capcom werden. Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es sehen mit der Kurbel. Ich werde es schon finden. Ist ja jetzt nicht so. Wir haben noch genug zu erkunden aktuell. Eilt jetzt gerade nicht. Oh. A clock that is not functioning. Ja, es fehlen ja auch zwei Edelsteine. Einen habe ich schon, ne? Aber einen zweiten, den habe ich noch nicht. Ich glaube zumindest, dass wir nur einen haben. Waren wir hier schon drin eigentlich? Bei der Presse? Newspaper? Office? Was heißt denn Blau? Kann ich mal eine Legende kriegen, was Blau bedeutet? Naja. Gehen wir mal rein. Es gibt auf jeden Fall Zombie-Elefanten. Das stimmt. Oskar, der Zombie-Elefant aus Outbreak 2. Den gibt es auf jeden Fall. Auf Outbreak 2 bin ich auch schon wirklich... Vor allem wegen den ganzen Zootieren gespannt. Die haben da ja wirklich richtig tief nochmal in die Gegner-Game-Design-Kiste gegriffen und haben ja nochmal alles mögliche mutiert. Aber wieder keine Wildkatzen, ne? Foto B. Eine Nahaufnahme eines Zombies. Das ist doch direkt aus der Resident Evil 2 oder 3 Intro-Cutscene. Aber sowas von. Es heißt Scoop on the Backside. Für was habe ich hier eine Leiter stehen? Wo soll ich die hinschieben? Da? Damit ich da hoch... Wahrscheinlich. Ich schiebe die mal da ran. Blau heißt, dass es besondere Orte sind. Kurbel ist Tankstelle. Okay. Ich glaube tatsächlich... Ich habe ja Resident Evil Outbreak 1 schon gespielt. Das ist mir ja nicht komplett neu. Aber ich glaube leider, dass mir Outbreak 1 und 2 tatsächlich nicht so Spaß machen werden. Das sind keine Spiele für mich. So von der Design-Philosophie her gefallen mir die, glaube ich, nicht so gut. Aber auch die werden wir spielen und vielleicht ändere ich ja meine Meinung. Schauen wir mal. Okay. Es gibt keine Power, die da durchgeht. Möchtest du die Power anschalten? Ja. Törnen wir die Power an. Muss ich noch was machen hier? Nö. Power has been restored. Rätsel gelöst. Gut gemacht. Speichern. Los geht's. Oh, oh. Brauchen wir hier einen Feuerlöscher eventuell? Ja. Gehen wir mal hoch. Schauen wir mal. Bis jetzt brennen wir noch nicht. So schlimm. War das Feuer ja gar nicht, wollte ich gerade sagen. Ups. Na. Geht doch noch. Alles gut, chill. Ist ja überhaupt nichts. Outbreak war auch nicht so meins. Ne, ich glaube meins ist es auch nicht. Schon allein, dass da Gegner irgendwie nachspawnen und ständig hinterher kommen. Und alles ist so wuselig irgendwie. Ich, ich... Man muss ja mal gucken, ob ich reinkomme. Aber ich glaube, ich mag es nicht. Ich glaube, ich werde es nicht mögen. Aber jetzt haben wir erstmal Survivor. Survivor bin ich gespannt. Aber jetzt haben wir erstmal drei. Jetzt erstmal chillen, Leute. Erstmal drei. Du bist gut. Wenn du so sagst. Aber mein Kopf fühlt sich so, wie es sich über die Explode ist. Anyway, mein Name ist Carlos. Glad to meete dich, Frau. Anyway. Jill. Alpha Team. RPD Stars Unit. Wer sind Sie? Stars. Ich verstehe. Hey, well, I'm a member of the Biohazard Countermeasure Force sent by Umbrella Incorporated sent by Umbrella? Hey, don't look at me like that. What did I say? Do you have a problem? Oh no. Oh no. It's him! Okay. Was machen wir? Jump out the window, hide in the back. Äh, jump out the window. Wir sind, wir sind super Heldinnen hier. Yeah! Und beide tot. Pech gehabt. Just so you know, I'm not into that pain is pleasure thing, okay? Just deal with them. That thing wants me dead. We've got to get out of here. Okay, Carlos. Let's get out of here. Warte mal kurz. Rotes Kraut. Nehmen wir mal mit. Ach, ein Ehrenmann. Ich hab grad Ehemann gelesen. Carlos ist ein Ehemann. Aha. Danke für die Information. Ein Ehrenmann. Wait. I have to ask you something. I know. You want to ask me out? All the foxy ladies love my accent. It drives them crazy. I have to know. Why did Umbrella send you here? Because. We're on a civilian rescue mission. Oh, you're full of it. They're the ones who caused all this in the first place. Look. We're just mercenaries. Hired hands. Do you really think the master would tell his dogs why they have to retrieve the sticky just through? Listen. If you want answers about Umbrella, you're asking the wrong guy. Ich mein, Carlos ist irgendwo da draußen, ne? Believe it or not, we are here to rescue civilians. Wer weiß, ob der nicht mal wiederkommt. If you trust me, join us. Think about it. Aber jetzt laufe ich erstmal weg und lasse dich hier einfach stehen. Weil. Das macht perfekten Sinn. Trust me. Okay. Gut. Kann ich, kann ich, kann ich in die Tür reingehen, die da gerade rausgebrannt ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Soll ich nochmal reingehen? Ich geh nochmal rein. Nemesis ist bestimmt schon weg. Was ein Comic Relief. Ja, ist schon lustig. Vor allem redet der englische Synchronsprecher nicht mal so stark mit Akzent, wie er tut. Astrobal unterstrich weckt ist jetzt ein Bird Rider. Astrobal oder wie auch immer man das aussprechen mag. Dankeschön für deinen Sub. Freut mich riesig. Schön, dass du mit dabei bist. Danke. 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 Ja, ja. Ich hab's ja eh in meinem Resident Evil 9 Story Video so ein bisschen aufgelistet, ne? Wie viel offene Enten und wie viele nicht mehr genutzte Charaktere da draußen eigentlich noch so am Start wären, die man mal noch nutzen könnte. Aber wer weiß, ob wir die jemals wiedersehen. Ah ja, das ist der, das ist das hier. Ich verstehe. Mit der Edelsteinuhr, alles klar. Dann schauen wir mal. Wir könnten ins Restaurant gehen. Da waren wir anscheinend auch noch nicht. Ja, dann let's go. Gehen wir, gehen wir erstmal ein Happen essen. Finde ich gut. Ja, das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass wir auf leicht spielen, muss ich sagen. Aber das kann ich verkraften. Aber das Nemesis halt da vielleicht nix droppt. Ich kann schon gegen ihn kämpfen, aber man hat halt nix davon. Ich hätte schon gern die Bonus-Items gesehen und gehabt und so. Aber ja, kann man nix machen. Ist schon okay. Bei Carlos gebe ich die Hoffnung nicht aus. Ich meine, jetzt haben sie ja Carlos quasi schon geremaked. Das heißt, es existiert jetzt ja quasi auch schon ein Charaktermodell, ne? Für Carlos in der Re-Engine. Und insofern, äh, ja. Kann man da tatsächlich hoffen, würde ich sagen. Dass wir Carlos doch mal noch wiedersehen. Okay. Hast du ja verdient und ehrlich gesagt will ich Silent Hill sehen. Ha, der Hook funktioniert. In der Falle. Dankeschön. Ich hoffe auch. Ich hoffe und glaube, dass wir das noch zusammenkriegen. Ne, diese Bonus-Ziele laufen ja immer so lange, wie ich ein Spiel spiele. In dem Fall jetzt Resident Evil 3. Ähm, da werde ich noch ein bisschen länger dauern, weil ich mir hier wirklich sehr viel Zeit lasse und das ausführlich erkunde. Da sind wir noch ein paar Wochen beschäftigt. Äh, dann ist irgendwie Anfang Dezember erstmal und so weiter. Ich glaube, dann schaffen wir. Ich glaube, wir schaffen die 140 Abos noch. Ich hoffe es. Ich hätte auch Bock. Weil vor allem habe ich Resident Evil 1 auch noch nie gespielt. Das ist nämlich auch so ein Klassiker, den ich nachholen muss. Schon lange. Schon lange nachholen wollte. Ich meine, ich kenne natürlich das Spiel und so weiter, aber ich habe es tatsächlich nie selber länger als mal eine Viertelstunde gespielt oder so. Das ist definitiv auch eine Bildungslücke, die ich schließen muss. Deswegen würde ich mich gleich doppelt freuen. Aber ein bisschen haben wir ja noch. City Guide, also Stadtführer, die Pfade unserer Stadt. Lieber Citizen, dank der freundlichen und großzügigen Umbrella Corporation bzw. der Leute der Umbrella Corporation handelt es sich hier um eine friedliche und freundliche Stadt. Die großzügigen Spenden von Umbrella wurden zum Wohle der Arbeiter genutzt. Die ja zur Konstruktion von öffentlichen Einrichtungen und um den öffentlichen Frieden zu bewahren. 1992 war das fünfte Jahr als Bürgermeister in dieser wunderschönen Stadt. Ich weiß leider nicht, was municipal heißt. Aber dank der vielen Spenden und harter Arbeit war es der Stadt möglich, das Municipal Gebäude wieder zu errichten. Und daraus ein top-notch, state-of-the-art, high-end Krankenhaus zu errichten. Und als Zeichen dieses großartigen Accomplishments wurde ich mit einer wunderschönen Statue im gleichen Jahr belohnt. Und das steht jetzt auch in dem Municipal Building. Rathaus? Das hatten wir beim letzten Mal schon. Da war auch schon das Municipal Building und ich wusste nicht, was das heißt. Und habt ihr mir auch schon gesagt, dass es sowas wie das Gemeindegebäude oder Rathaus sowas ist. Muss ich mir jetzt echt mal merken. Okay. Ich bin vor 35 Jahren als Ingenieur in diese Stadt gekommen und habe meinen Beitrag zum elektrischen System geleistet. Und bei der Installation des Cable Cars, so Seilbahn. Ich werde der Tradition dieser feinen Stadt folgen und mein Leben ihrem Erblühen widmen. Der Bürgermeister der Stadt Michael Warren. Okay, Michael Warren. Gemeindezentrum. Ja, genau, genau, genau. Cable Car Straßenbahn. Ja, ist in dem Fall viel besser, da hast du recht. Viel sinnvoller. Ruf Barry an. Schnell, der soll euch einfach jetzt schon mit dem Hubschrauber abholen. Warum denn eigentlich bis zum Ende des Spiels warten? Geht zur Telefonzelle, ruft Barry an, sagt Barry, hey, ich brauche bitte eine Waffe, die sehr effektiv gegen lebende Dinge ist. Dann kommt er mit dem Hubschrauber und wirft Säuregranaten überall ab. Und dann kann, kann sich die, kann sich die Regierung die Thermo-Dingsi-Bombe sparen. Ende. Kommunal, das Kommunalgebäude. Barry soll ein Sandwich mitbringen. Ja. Oh Gott. That I... Aber I... Vielen Dank. Vielen Dank. Vor allem, wenn der Sound bei YouTube ankommt, aber bei Twitch nicht. Weil das bedeutet ja, der Sound ist rausgegangen, offensichtlich, aber irgendwie bei Twitch nicht angekommen. Oder zumindest nicht im Player, keine Ahnung, das war weird. Aber gut. Weiter geht's. Oh, wartet mal kurz. Jetzt sagt mir hier gerade der, der, äh, nein, bitte nicht. Habt ihr jetzt wieder Sound? Könnt ihr mich wieder hören? Oh, warte mal. Wir haben irgendwo eine Rückkopplung auch noch. Jetzt sagt mir hier der YouTube-Chat, dass irgendwas nicht stimmt. Moment, Moment mal. Es ist doch hier zum Hunter-Melken. So, Moment. Das machen wir mal so. Der kommt weg. Das hier runter. Okay. Geschafft. Nee, nee, wir spielen nicht alles frei. Das machen wir bei keinem Spiel. Wir spielen die durch. Das ist das Ziel. Ja, ja, genau, genau, genau. Ich hab's mir vorher auch schon gedacht. Hier ist das, äh, legendäre, berühmte Biohazard 4-Poster. Das ist gar nicht so abwegig, dass das hier hängt, weil tatsächlich wurde, so komisch es klingt, ähm, Resident Evil 4 im Grunde schon parallel entwickelt mit Resident Evil Nemesis. Was schon irgendwie witzig ist. Woran hat's gelegen? Das werden wir wohl nie erfahren. Das werden wir wohl leider nie erfahren. Ja, wie gesagt, ne, der Sound ist ja sogar bei YouTube angekommen, nur auf Twitch nicht. Also, es war wahrscheinlich irgendein Twitch-Problem. Aber ja. Ein Green Herb. Ich mein, ich liebe Resident Evil 4. Ich find's ganz großartig. Und ich möcht's gegen nix in der Welt tauschen. Aber ich hätt schon auch gern die Hookman-Version. Als eigenes Resident Evil, so wisst ihr. Das wär großartig. Was es hängt wieder, sagt mir gerade MacLight. Ich versuch jetzt noch mal mein Glück. Hier ist der Chat meistens lustiger. Hallo, sind wir da? Haben wir irgendwie... Ich hatte gerade einen kurzen Bitrate-Einbruch, aber sonst passt hoffentlich alles, oder? Ach, heute ist Internet wieder echt nervig. Come on. Man, was ist denn das? Na gut, machen wir weiter. Ihr sagt mir, wenn irgendwie was wieder gar nicht mehr funktioniert, ne? Weil von meiner Seite aus sieht jetzt alles okay aus. Abgesehen davon, dass... Nee, eigentlich sieht alles okay aus. Glaube ich. Was ist los mit dem Stream? Es hängt richtig. Echt? Immer noch? Ich hör dich auf YouTube. Okay, das ist gut. Der Hamster im Rechner ist wieder zu langsam gelaufen. Vielleicht mal Router neu starten. Also bei mir hängt's nicht. Okay, alles gut bei mir. Okay, dann alle, wo's hängt, einfach mal F5. Vielleicht geht's dann. Die Bitrate sieht bei mir eigentlich auch gerade okay aus. Wir hatten leider in dem Stream jetzt schon ein paar Einbrüche. Hängt kurzzeitig immer mal wieder. Bei mir hängst du oft. Oh Gott. Nein, was denn jetzt? Ja, hey, lasst uns mal weitermachen. Die Bitrate schwankt bei mir auch tatsächlich gerade. Eigentlich geht sie nie in den kritischen Bereich, aber das ist hoffentlich schnell wieder vorbei. Das ist vielleicht nur so eine Phase. Machen wir jetzt mal weiter. Und dann gucken wir mal. Bei manchen, manche schreiben mir, es ist alles flüssig. Manche sagen mir, es spinnt. Keine Ahnung. Gucken wir mal, ob es sich stabilisiert. Place your wisdom here. Also platziere hier deine Weisheit. Es ist eine Aushöhlung da drin. Ich hätte es immer, da gehört irgendein Buch oder so rein. Haben wir nicht. Die Zukunft ist in deinen Händen. Den bronzenen Kompass mitnehmen. Oh oh. Wasser. Oh nein. Elektro-Wasser. Das ist nicht gut. Okay, gut. Ich verstehe. Das ist natürlich schlecht. Momentan läuft wieder alles flüssig. Okay, bei mir läuft alles flüssig. Okay, dann schauen wir mal. Was ist überhaupt dieses YouTube? Wer weiß so genau, was das alles eigentlich ist. Ich hoffe, YouTube ist etwas, das noch sehr lange sehr beliebt sein wird. Weil ich habe da einen sehr großen Katalog an Videos, der hoffentlich noch lange geklickt wird. Und hoffentlich noch lange Einnahmen generiert. Das wäre gut. Hi, André. Lass mich mal schnell gucken, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Ach so, wollte ich nicht in das Restaurant gehen? Waren wir im Restaurant? Leute, ich habe überhaupt keine Idee mehr, was los ist. Ich war doch im Restaurant schon. Ich bin einmal durchs Restaurant durch. Habe nichts Interessantes gefunden irgendwie. Gehen wir nochmal rein. Der Leck gerade hat mich... Hat mich gekillt. Hat mein Hirn resettet. Ah ja, wir haben hier eine Luke, die wir aber wahrscheinlich nicht öffnen können. Na ja, es ist komisch. Es ist komisch. Ich schätze fast, das muss ein Twitch-Problem sein. Wenn einige sagen, dass es spinnt und andere sagen, es läuft perfekt. Weil das würde bedeuten, dass zumindest theoretisch alles perfekt bei Twitch ankommt. Sonst könnten es nicht manche perfekt sehen. Ich bleib treuer Abonnent. Das freut mich auf jeden Fall. Das ist sehr nett. Wir haben hier im Restaurant wirklich nichts Interessantes gefunden, ne? Außer natürlich, dass es eine Luke gibt. Ja, okay. Dann wieder raus mit uns. Ich habe übrigens vergessen, dass wir die Autobatterie mitnehmen. Ich weiß zwar gerade nicht, für was wir die brauchen. Aber da sollten wir vielleicht auch nochmal zurückgehen. Aber wohin zurück? Das ist die Frage. Okay, das Restaurant bleibt komisch blau leuchtend, ne? Okay. Da können wir gerade nicht hin. Geh ich mal nochmal da rein, weil ich mir nicht mehr sicher bin, was da eigentlich ist. Weißt du eigentlich, dass ich dich abonniert habe, seit du dein erstes Resident Evil Lore Video hochgeladen hast? Was war denn das erste Resident Evil Lore Video, das ich gemacht habe? Ah, Mr. X, oder? Ich glaube, das allererste war Mr. X zum Resident Evil 2 Remake, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das war das allererste Video, das ich gemacht habe. Ich glaube schon. Jetzt gehe ich mal schnell nach hinten zu der anderen Tür, die verschlossen ist, weil ich wissen will, was wir dafür brauchen, um die zu öffnen. Hey, du kannst dich einfach mal im Schuss hier ausweichen mit deinem Wandsprung. Finde ich jetzt schon ein bisschen gemein. Ah, guck, hier brauchen wir die Batterie, oder? Ja, genau, shit, okay, gut, alles klar. Dann zurück ins Parkhaus, holen wir uns die Autobatterie, die können wir hier einsetzen und dann gucken wir mal, wo uns der Weg hinführt. Wenn du Tipp brauchst, sag Bescheid. Ja, mache ich. Gerade gibt es viele Möglichkeiten, die ich gehen könnte und viel zu erkunden und das macht mir gerade Spaß. Also gerade brauche ich keine Tipps. Wenn ich irgendwo mal hängen bleibe, sage ich euch Bescheid. Über dieses YouTube habe ich Landskrid Birdrider gefunden. Ist nice, sein Gesicht zu der sanften Erklärstimme zu sehen. Dankeschön. Ich schätze mal, die allermeisten werden mich über meinen Hauptkanal auf YouTube gefunden haben. Aber man weiß es immer nicht. Ich habe mich, als wir den Podcast angefangen haben zum Beispiel, habe ich mich echt sehr darüber gefreut, dass dann irgendwie... Am Anfang haben wir im Grunde nur Landskrid Birdrider-Fans oder Landskrid Birdrider-Zuschauerschaft halt auch den Podcast gehört, weil da kam halt so unsere ganze Anfangsreichweite zusammen. Und das hat mich echt gefreut, als dann die ersten Leute kamen, die dann so geschrieben haben, hey, ich kenne doch die Stimme. Bist du nicht auch dieser Landskrid Birdrider? Also die zufällig auf den Podcast gestoßen sind, ohne dass sie mich vorher kannten. Das fand ich schon sehr cool. Weil das eben auch heißt, dass das Projekt so ein bisschen eigene Schwingen entwickelt hat. Was wollte ich machen? Warum bin ich hier? Achso, ich wollte die Batterie holen, ne? Okay, let's go. Ich speichere mal schnell. Auf F1, nicht F5. Niemals F5. Oh oh, mir zeigt es gerade eine schlechte Bitrate schon wieder an. Das ist echt schlimm, ey. Das ist echt nervig. Wir können echt nur hoffen, dass es einigermaßen stabil läuft. Aber es gibt so Tage. Es gibt Tage, da habe ich schlechtes Internet und es gibt Tage, da habe ich richtig, richtig beschissenes Internet. Weiß man immer nicht. Das ist immer eine Glückssache. So, Powerkabel. Wir haben gar keine Batterie, wir haben ein Kabel. Ich dachte, wir hätten die Batterie aus dem Auto genommen. Ich gehe mal noch mal zum Auto und klicke noch mal hin. Hi, Albert Wesker. Wie geht's? Nichts Nützliches. Okay, wir haben hier nur ein Powerkabel gefunden. Nicht eine Autobatterie, schade. Aber brauchen wir bestimmt auch irgendwann. Ja, nächstes Mal machen wir irgendwie Public Viewing oder so. Da spiele ich einfach live irgendwo auf einer Leinwand. Das ist wahrscheinlich das Beste. Na nun, wo sind denn die? Habe ich wirklich so ein... Okay, erscheint. Na gut, meinetwegen. Es scheint, habe ich gar nicht mehr Schlüssel-Items aktuell. Ja, es sieht nicht gut aus bei mir. Das Internet sieht bei mir aktuell echt nicht gut aus. Wir machen jetzt mal ein bisschen weiter, aber wenn das nicht besser wird, müssen wir leider für heute Schluss machen und hoffen, dass es morgen besser wird. Keine Ahnung. Das ist gerade sehr traurig, finde ich. Schade, schade. Mach bitte den Stimmverzehrer aus. Was? Ich habe keinen Stimmverzehrer an. Es hängt wieder. Ja. Wieder da. Wieder weg. Hin und her. Es ist echt zum... zum Weinen heute. Shadow Snow. Ich weiß nicht, ob du mich gerade hören kannst. Aber danke für den Raid. Den Raid in einem kaputten Stream heute. Ganz schlimm. Ganz schlimm heute, leider. Mein Kumpel würde jetzt sagen, seine Kartoffelleitung funktioniert wieder wunderbar. Ja, es ist wirklich... Es ist wirklich ärgerlich. Nee, also ich... Also vorher hat Twitch mit dem Sound definitiv gespunnen. Da konnte ich nichts dafür. Aber jetzt gerade ist es wahrscheinlich wirklich mein Internet. Weil ich... Mir zeigt auch hier Streamlabs an, dass es immer wieder mal alle paar Minuten ein paar Frame-Drops gibt. Und... Twitch zeigt mir auch eine ganz, ganz schlechte... Bitrate an. Bei wem hast du dein Internet gebucht? Ich habe Internet bei einem relativ kleinen Anbieter. So ein lokaler Anbieter. Weil ich wohne jetzt relativ ländlich. Und... Äh... Bei den großen Anbietern hätte ich hier tatsächlich überhaupt kein Internet. Also... Schon, aber... Äh... Also... Sehr problematisch langsames Internet. Nach Neustab funktioniert es wieder. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte dieses Jahr ein einziges Mal ein Internetproblem gehabt. Ja, es ist bei mir leider Standard eher. Aber ich war davor auch bei... Wo waren wir? Bei Kabel Deutschland waren wir bei Vodafone. Und das war auch katastrophal. Also... Ländlicher Wohnen ist immer problematisch, habe ich das Gefühl, wenn es ums Internet geht. Egal, wo man ist. Ja, keine Ahnung, Leute. Voll blöd jetzt. Ähm... Macht mich ein bisschen traurig. Aber wir machen jetzt nochmal ein bisschen weiter, oder? Aktuell... Aktuell scheint es zu funktionieren. Ne, ne, ich habe geguckt. Es ist alles... Es läuft überhaupt nichts. Es ist nicht mal... Nicht mal Merlin guckt im Wohnzimmer irgendwelche Streams. Streams oder so. Also aktuell braucht wirklich nichts im Haus Internet. Außer ich hier beim Streamen. Sonst überhaupt nichts. Nirgends. Ich muss da vielleicht mal meinen Internetanbieter anrufen. So schlimme Probleme... Ich meine, wir hatten ja öfter schon so kleine Hänger, ne? Aber so schlimme Probleme sind jetzt halt leider auch neu. Das hatten wir halt auch noch nicht. Probleme sind... Probleme sind... Genau. Satelliteninternet soll stabil sein. Wirklich? Ich habe da auch sehr Schlechtes drüber gehört. Ich habe gehört, dass es sehr teuer und sehr instabil ist. Insofern bin ich da. Aber ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Also... Das würde ich mal zumindest testen. Kann man ja mal für einen Monat ausprobieren. Aber... Weiß ich nicht. Aber kann man ja mal testen. Aber okay. Jetzt machen wir mal weiter. Gucken wir mal, ob es einigermaßen geht. Und wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal auf morgen verschieben. Morgen ist sowieso Bonus-Stream. Machen wir vielleicht ein bisschen länger und spielen Resident Evil 3 und hoffen, dass es klappt. Aber jetzt gucken wir mal. Die Frage ist jetzt nur, wo muss ich hin? Wo gehen wir hin eigentlich? Wo sollen wir hingehen? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Das Restaurant leuchtet noch, weil da ist diese Luke, die wir nicht öffnen können. Was ist denn hier? Was hindert uns denn hier am Weitergehen? Da schauen wir jetzt mal schnell rein. Ja, bei Kabel Deutschland waren wir auch drei Jahre lang. Und da gab es keine Woche, wo es kein Problem mit der Leitung gab. Aber seit wir bei der Firma mit dem rosa Logo sind, ohne Probleme. Ja, ich glaube, das ist immer sehr viel Glückssache, habe ich das Gefühl. Und auch regional sehr unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, es schimpfen alle über alle gleichermaßen. Also keine Ahnung, ob es da wirklich Unterschiede gibt. Aber manchmal hat man Glück. Es dauert halt jetzt, hier wo ich jetzt wohne, dauert es mindestens noch vier Jahre, wenn wir Glück haben, bis wir Glasfaser haben. Und bis dahin hätte ich gehofft, dass wir zumindest stabiles DSL mal kriegen. Aber gucken wir mal. Problem mit Sat ist, dass die Upload-Rate sehr gering ist. Ja, das ist ja für Streamen halt echt doof dann, ne? Geht leider auch nicht wirklich dann. Wolltest du nicht die Batterie holen? Ja, äh, aber in dem Auto war keine Batterie, sondern nur ein Kabel. Ich dachte, wir nehmen die Autobatterie raus, weil da stand irgendwas von geladener Batterie. Aber es war tatsächlich nur ein Kabel, das wir rausgeholt haben. Insofern können wir das gar nicht da einsetzen. Hier haben wir auch nur einen Edelstein. Das ist die Tür, ich verstehe. Und da oben in das Gebäude müssen wir auch nicht mehr. In die Substation können wir auch nicht rein. Vielleicht nochmal... In die Gasstation können wir noch nicht. Nee, wo war denn die andere Taste? Bei manchen Leuten soll Glasfaser sogar das Internet verschlechtert haben. Was mir echt Angst macht, wenn wir mal welches kriegen. Ja, ich glaube grundsätzlich... Also es gibt natürlich auch bei Glasfaser Probleme. Aber letztendlich... Langfristig glaube ich, wenn dann mal alles funktioniert, ist Glasfaser schon ziemlich gut. Jetzt gerade sieht es wieder gut aus. Jetzt gerade sieht es wieder stabil aus, oder? Naja, auch nicht wirklich. Nee. Auch nicht wirklich. Immer mal wieder Ausfälle für eine Sekunde. Ja, keine Ahnung. Ich habe außerdem das Gefühl, dass wir auf YouTube nicht mehr online sind. Ich weiß nicht, ob das schon länger so ist. Was zur Hölle? Nee. Auf YouTube war ich vier Minuten online, dann war es komplett weg. Das wird wieder Abos kosten. Wir hatten schon mal, an dem Mittwoch waren das, äh, ganz viele so Stream-Ausfälle. Und wahrscheinlich haben dann die Leute ganz viele Streams immer wieder in die Abo-Box bekommen auf YouTube. Weil YouTube immer wieder gesagt hat, hey, Bird Rider ist online. Hey, Bird Rider ist online. Und das hat ganz viele Abos gekostet. Da sind sehr viele Abos auf YouTube abgesprungen. Weil das die wahrscheinlich genervt hat. Leute, wir haben voll die Probleme. Es stürzt dauernd ab. Es laggt. Widerschreiben auch viele. Und ich sehe es auch bei mir, dass tatsächlich gerade sehr viele Probleme mit dem Internet gibt. Ich befürchte... Wir machen jetzt einfach mal Schluss für heute. Weil gerade funktioniert es nicht mehr. Manche haben keine Ausfälle, manche schon. Weil, wisst ihr, kann ja sein... Ich... Also, ich sehe definitiv, dass ich Framedrops habe. Also, es liegt auch an mir. Vielleicht spinnt Twitch zusätzlich. Der YouTube-Stream ist komplett ausgefallen. Deswegen ist das gerade alles ein bisschen doof. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss für heute leider. Aber ich überlege mal, ob wir... Gucken wir mal, wenn es morgen stabil läuft, dann hängen wir ein bisschen dran. Streamen ein bisschen länger. Und spielen nach Dino Crisis noch ein bisschen Resident Evil. Damit wir für heute wieder gut machen. Weil viel haben wir jetzt heute nicht gemacht. Insofern... Schade, schade. Trotzdem danke, falls ihr mich gerade hören könnt, fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut, auch wenn es heute eine kurze Runde war. Danke auch für die Bits und Subs. Oder nur Subs, die heute auch noch reingekommen sind. Trotz technischer Probleme. Und gucken wir mal. Hoffentlich geht es morgen besser. Gute Nacht, Leute. Tschüss. Bei mir läuft es gerade richtig super, ja. Aber das hatten wir, ne. Das wechselt heute. Ist heute sehr wechselhaft. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Bis morgen. Macht's gut. Schönen Abend. Tschüss.